Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Der Roman Lady Chatterley von David Herbert Lorenz, der ursprünglich 1929 in Italien veröffentlicht wurde, sah sich 1960 in Großbritannien einem Obszönitätsprozess ausgesetzt, als Penguin Books den Roman veröffentlichen wollte. Das Buch schildert die explizite Beziehung zwischen Lady Chatterley und ihrem Welthüter aus der Arbeiterklasse und enthält explizite Szenen, die vom britischen Establishment der damaligen Zeit als schockierend empfunden wurden. Auch die kühne Sprache des Romans war ein Streitpunkt. Die Geschworenen im Old Bailey befanden Lady Chatterley jedoch für nicht schuldig im Sinne der Obszönität. Einen Monat später waren alle 200.000 Exemplare am ersten Tag der Veröffentlichung schnell verkauft. Einer der größten Skandale des britischen Establishments begann 1961, als sich der konservative Politiker und Kriegsminister John Profumo auf eine außerehrliche Affäre mit dem 19-jährigen Model und angeblichen Cole-Girl Christine Kieler einließ, die zur gleichen Zeit mit dem sowjetischen Marine-Attaché-Kapitän Yevgeny Ivanov zusammen war. Ivanov war ein Freund des Osteopathen Stephen Wirth, der Kieler und ihre Freundin Mandy Rice-Davis, eine weitere angebliche Prostituierte, kannte. Als die Anschuldigungen über Profumos Tendelei aufkamen, stritt er alles ab und log sogar vor dem Parlament über die Affäre. Die Beweise für das Gegenteil wurden jedoch schnell zu groß, um sie zu verbergen, und da die nationale Sicherheit auf dem Spiel stand, war Profumo 1963 zum Rücktritt gezwungen. Der Skandal trug ein Jahr später zur Niederlage der konservativen Regierung bei. Stephen Wirth wurde in der Zwischenzeit verhaftet und landete vor Gericht, wo er beschuldigt wurde, von unmoralischen Einkünften zu leben, also Geld, das er unter anderem von Rice-Davis und Kieler erhalten hatte. Er wurde für schuldig befunden, Kielers Zuhälter zu sein, nahm aber vor der Urteilsverkündung eine Überdosis Schlaftabletten. Er starb kurz darauf. In den 1960er Jahren erlebte die Herzogin von Argyll, Margaret Campbell, eine skandalöse Scheidung von ihrem zweiten Ehemann, dem Herzog von Argyll. Explizite Fotos und eine Liste mit 88 Männern, darunter der Schauspieler Douglas Fairbanks Jr., deuteten auf ihre Untreue hin. Der Fall wurde zu einer Sensation für die Boulevardpresse. Als der Richter die Scheidung bewilligte, sagte er über Margaret Campbell, dass sie eine völlig promiskutive Frau war, deren sexueller Appetit nur mit einer Reihe von Männern befriedigt werden konnte. Obwohl der Scheidung stattgegeben wurde, schadeten die bekannt gewordenen Details ihrem Ruf und ihren Finanzen. Margaret heiratete nie wieder und starb 1993 im Alter von 80 Jahren. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.